Musik 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 Applaus 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 Mann, so schön Ach, so gut Ja So Spannend Herr Schmichel betritt die Waage Er kämpft im Halbschwergewicht muss also das Gewicht von 79,5 Kilogramm 80,8 Kilo 80,8 Kilogramm Serge Schmichel Applaus Applaus Ja, Serge, wenn Sie gut zu mir kommen können Dann Serge Schmichel jetzt zum Interview für Sky Sport News Rumi sein Gegner in den Regen aus Ungarn, Attila Kibornagi Applaus 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 79,9 79,9 Kilogramm für den Gegner Attila, Tibornagi Applaus 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 Applaus